So, wir sind jetzt beim Jugendmigrationsbeirat von Berlin. Bei mir ist Patrick Bieler. Was ist der Jugendmigrationsbeirat? Was macht ihr so? Also wir sind ein Zusammenschluss von neun sogenannten Migrantinnen-Jugend-Selbst-Organisationen, die alle berlinweit tätig sind. Wir arbeiten im Prinzip eigentlich schon seit 2012 in der Konstellation zusammen und haben uns als Jugendmigrationsbeirat offiziell dann 2016 gegründet, als ein Gremium, das insbesondere politische Interessenvertretungen nach außen macht für MJSOs. Was für MJSOs sind da dabei? Das sind ganz unterschiedliche MJSOs. Das reicht von Verbänden von Sinti und Roma über muslimische Verbände. Wir haben einen kurdischen Verband dabei, also eine ganz bunte Mischung eigentlich. Und was in dieser bunten Mischung, was heißt da für euch oder was könnte für dich dann da heißen, selbstbestimmt zu leben? Was ist da entscheidend? Also ich denke, wir haben festgestellt insbesondere, dass die Jugendlichen, die Mitglieder bei uns in den Verbänden sind, halt leider alle immer noch insbesondere von Rassismuserfahrungen betroffen sind. Insbesondere würde ich denken in der Schule, begrenzt sich aber natürlich nicht auf die Schule, aber die Schule ist immer so eins der Themen. Und ich denke für uns ist selbstbestimmtes Leben erstmal eins, dass unsere Mitglieder als Jugendliche, also dass unsere Mitglieder als Jugendliche adressiert und nicht immer nur reduziert auf ihre vermeintliche Herkunft und insbesondere dann rassistisch diskriminiert. Und wenn du jetzt konkrete Forderungen an die Politik hättest, also jetzt sind wir als Partei da, als Politik, was wäre das dann? Also ich denke, der eine wichtige Aspekt ist, dass insbesondere Institutionen dazu aufgefordert werden, sich verstärkt Räume zu schaffen, in denen Rassismus thematisiert werden muss, sodass sich potenziell beispielsweise Lehrer und Lehrerinnen mit Rassismus einfach auseinandersetzen müssen und das nicht übergehen können. Und ein anderer Punkt, der, glaube ich, noch relevant und wichtig wäre, wäre die Themen, die wir als Organisation setzen, eben auch breiter gesellschaftlich diskutieren zu können. Super, herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein durften. Und wir sehen uns hoffentlich beim Kongress. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss. Tschüss.